Amira Pocher machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, denn die Ex von Oliver wurde beim Schmusen mit dem TV-Moderator Christian Düren erwischt. Doch was wurde aus der Urlaubsromanze? Nachdem Amira Pocher und Christian Düren in Kapstadt auf einem Markt kuschelnd entdeckt wurden und die Bilder durch die Presse gegangen waren, verriet die Moderatorin im Podcast Liebesleben gegenüber ihrem Bruder Hima. Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen. Und sie ergänzte, so lange geht's noch nicht, aber es ging sehr schnell. Man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet. Alle Zeichen standen also auf Beziehung. Doch dann wurde es still um das mögliche Liebesglück zwischen Amira Pocher und Christian Düren. Was wurde aus den beiden? Amira Pocher-Christian Düren Wie steht es um das Liebesglück der beiden Stars? Immer wieder zeigt Amira Pocher auf ihrem Instagram-Profil Ausschnitte aus ihrem Leben. Doch was die Fans der Moderatorin vermissen? Christian Düren Denn den zeigt Amira Pocher nicht. Damit ist sie jedoch nicht allein. Denn auch Amira Pocher sucht man auf dem Instagram-Profil von Christian Düren vergebens. Ist inzwischen alles wieder aus? Die Follower von Christian wollen trotzdem an die Liebe zwischen den beiden glauben. Unter einem Post von Christian Düren kommentieren die User, Amira Pocher gefällt mir Button, und ich kann Amira Pocher ja verstehen. So wie Amira und du, es scheint dir gut zu tun. Tolle Bilder. Ein Schnappschuss des Moderators, den auch Amira Pocher mit einem Like versehen hat. Ganz aus den Augen haben sie sich also nicht verloren. Ebenfalls auffällig. Auch Christian Düren verseht regelmäßig die Fotos auf Amira Pochers Instagram-Profil mit einem Like. Doch auf ein öffentliches Beziehungsshooting warten die Fans bisher vergeblich. Ist das zwischen Christian Düren und Amira Pocher alles nur freundschaftlich? Oder hat sich aus der Urlaubsromanze in Südafrika eine handfeste Beziehung zwischen den beiden TV-Bekanntheiten entwickelt, und sie wollen ihre frische Liebe abseits des Scheinwerferlichts genießen? Die Antwort kennen nur die beiden. Doch wünschen würde man Amira Pocher und Christian Düren dieses Glück allemal. Vielen Dank.